und und herz kommt zu bettet sie heute wieder eine Runde Mannschaft zu gern sind Basti alle und mit dem Termin im Hintergrund er und nicht wundern warum wir hier so viel Sachen schon haben ich hat mich zu mir gedacht Stein abbauen ist jetzt nicht so und es sagt dass ich das einfach im Hintergrund außerhalb der Folge das soll aber jetzt hier nicht Standard sein natürlich das ist halt nur wenn er nicht weiß oh das ist langweilig Basti könntest du mir schon mal vielleicht Steine holen äh Steine hier Holz also Eichenholz ich wollte noch die andere äh Dinge kannst du das nicht machen du hast doch hier die Mops da ne hab ich ja noch nicht drauf den muss ich erst installieren den Mod weil ich hier oben würde ich dann schon mal weiter bauen ja ich werde noch kurz runter um die andere Kohle holen weil ich hab mir noch gemerkt in der in zwei Folgen so dass du vielleicht ein paar Lied nachher die Kohle geben er hat sich machen aber ich muss jetzt erst mal die Irmung die Bust-Undersitzung steckt Koffer vor allem gemerkt die Folgen ist jetzt in 5 und 5 also jetzt in einer Aufplätze folge sieben Koffer Union er war ein Schilder auch und noch mal ein Zielsitz der CS jetzt aufs Städte sie hat den Termin oder die DAP mit dem Bild Euro und jetzt erst mal weiter also manche die Städte erlaubt sich ein Spaß mehr er gehört beim Bruder recht zu holen er hat er hat sich das angemeldet an und wird es gibt die Karte aber auch um in den letzten Wochen er hätte ich nicht gedacht ich kann so gemacht so er hat er mit dabei ist welchen Meisterschaften Prozent und daher das ist ja nicht so ein Meisterkopf so er in meiner Zeit hat mich erst mein Bruder bis zu spät und danach hat ich mich übernommen und da ich weiß nicht ganz genau wie man den Abkommen der Zweiten Meisten Nämlich ist es der Basti und naja er geht auch nicht weiter ich werde fast untergefallen ähm Daniel Nr oder da hat er noch die Abwechslung so weit das andere Tello die Kälte Nervas bei Steen genau bei Steen so er nicht mehr um die das noch ein paar Setzlinge die Kanzel um am besten schweigen tun ich brauche ich schon ein bisschen Holzer ich wollte mich ja aus Eichnolz komplett bauen das wird nicht kacke kommen wenn wir dann gleich ein Eichnolz mehr hier und nahm den Wachstum auf Setzlinge auf er st Prozent er hat gerade er noch oder bauern hier ist ja noch ein anderer der Welt kann ich nachher die Kohle weil ich wollte dass ich schon aus dem Wachstum und facken und so möchte ich nachhause er ich brauche ich brauche wir heute noch was wollen wenn wir hier müssen was gebaut haben jetzt will ich st als er hat sie noch was haben also auch jetzt nicht direkt verkehren und ich weiß die Wende haben er ist 6 zwei Stück oder abbaulich so was von spannenden das ist ja nicht so wie ich auch Prozent wo er sich gar als er sich als ich etwas gestorben ich meine ich habe mich recht schicken ist sie nicht erlaubt in dem Projekt ach dass er noch mehr Kohle seit der der sich Sticky Pistons gibt nee das war ja außer sehen die habe ich direkt wieder weggeschmissen ja ja ich weiß ich weiß ja äh also ich ja ich hab grad noch ich war hier auf E und wo haben wir denn Sticky Pistons irgendwo auf einer Seite ich war dann hier mal im Programm drin hab das geschlossen und plötzlich bin ich halt auf Sticky Pistons gekommen ja ja er ist es uns dessen ja ich habe auch wegschlussend sieht man auch nicht mehr noch künftig weil er nicht hat sich schon ein Tor gebaut machen aber brauchen wir noch nicht müssen noch nicht folgt naja das machen wir und habe ich ich habe noch 10 also um ne warte komm mal her und verarbeitet Ja, warte, das brauche ich noch. Guck mal her. Ich gebe dir anderes Holz dafür. Warte. Ich gebe dir schön weißes Holz. Frisch geerntet. Frisch gezapftes Holz. Hier, warte. Das wäre das Holz. So, reicht alles. So, reicht alles. Warum mag ich das Holz? Als Boden oder so? Ich will das Braune nutzen, aber wir können vielleicht das Weiße für den Keller nutzen oder sowas. Ja, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Du groß hast mir gedacht, das Haus zu bauen. Sag ich gleich mal. Also ich will, also ich will vielleicht mehr Räume machen, so was wie, halt dass wir so einen Raum haben, wo wir kommen, also am besten so ein kleines Haus, wo man halt immer essen und kann automatisch, halt an der automatischen Fahrt und sowas, das würde ich dann mal bauen, wenn es sonst was. Du hast, du hast Ahnung von Redstone? Ja, die Schaltung ist doch gar nicht so schwer. Die Ahnung, ich nicht. Ich muss mal eben schon mal den letzten Zeppelings holen. Dann mach du das mir, Redstone. Okay. Wenn du Redstone hast, immer mir geben. Ja, mache ich auch. Selbst auf dem Tutorials Center.TV-Server kannst du mir immer Redstone geben. Und weißt du, wie man sich Redstone gibt? Slash-gift, dann ähm, adp und dann, äh, meinschaft.dot.redstone. Aha, verstehst du? Kannst du mir immer Redstone geben. Verstehst du den Witz? Nö. 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 Terminor, Terminor, du den denn verstanden? Was denn? Den Witz von wegen, wie man sich, ich hab ja gesagt, kannst du mir mal auch selbst auf dem Tutorials Center sagen, aber Redstone geben. Weißt du, wie man sich Redstone gibt? und dann halt ähm slash gfp Doppelpunkt Redstone halt Stehst du? Den hat er nicht verstanden Ach, könntest du gleich vielleicht ein paar Schafe suchen? Ja, ich wollte grad sagen, es wird jetzt dunkel Ist ja egal Machst du Pücher an? Monster sind immer im Moment extra noch ausgeschaltet So, das ist hier richtig gut Ja, mach doch mal an, weil ne ich hab gesagt so lange wir keine 4 Wände haben mach ich keine Monster die hab ich ja letztes mal extra ausgemacht dafür ok dann muss ich mal gucken Schafe die wird eher selten mit der Nacht geben weil ich fand das ist das ist in dem Fall kein Cheating nur ich glaub nicht dass ihr wollt das über die ganze Zeit nur dann gleich verrecken mal Apropos ich will erst mal hier meine Geräusche machen ja jetzt hör ich mir das doch was hab er ausgestellt damit ich auch was höre hab ich immer Ton mit angestellt ich hab mein Ton immer eigentlich ach ich wundere mich warum hör ich nix vielleicht wenn man den Ton von Regen ausmacht das ist doch klar dass man nix hört zumindest wenn es regnet oder aber er ist so ein bisschen kleines naja ist ja kein Schüter was ich jetzt vorhabe aber aber wir haben hier hinten auch im Schneegebiet gebaut leicht echt? ja unser Haus ist voller Schnee hier an einer Stelle schon echt? ja aber hier schneit's grad ja eigentlich gar nicht egal doch da schneit's es schneit da wirklich es schneit da wirklich äh ob wenn ich jetzt ein Bett baue und du schläfst da und ich verlasse ist ja kein Cheating wenn man das so macht nur dass wir kein Cheating äh das ist glaube ich ne Spalte warte an ne doch nicht schon äh mach das jetzt ja du kannst ja ganz viele schon mal suchen hast du noch Steiner? oh ich hab grad bisschen aber ich hab trotzdem ja wir haben hier wirklich im Schneegebiet gebaut hier sind steuert ist doch egal oder also kann jetzt zu dir wenn du weißt dass ich hier hier das so bauen will also über der Klippe das wie da wird wenn wir den Boot abbau direkt unterfallen weißt du was in Minecraft total unrealistisch ist? was denn? wenn du ne Fackel aufstellst und es regt wird und die Fackel geht nicht aus na stimmt ach und wir haben hier den See weggemacht weil hier soll nachher auch die Farbe also hier die Mining weil wenn wir hier ein komplettes Haus aus Stein bauen brauchen wir sprechen ja äh ich mach jetzt mal schnell Bett und danach schläfst du drauf oder andersrum mir auch egal ne du Leftes weil ich nimm mir grad auf das wäre dann Käse ich baue noch eben die Wand zu machen ne ich schlafe achso ok du nimm die Werkbank äh ja wo bist du dann kann ich dann gleich verlassen ja warte ich baue noch eben müssen stein ab ich bin sofort fertig baue schon mal ne Truhe gehört aus dem weißen Holz aber ja mach ich so dann kannst du schon mal leften wie lange du mach ich komm gerade warte eine Tour kann ich machen so zwei Tour reicht nicht jetzt aber ähm Monster Termino worauf sollen wir die Monster machen ich würd sagen nein auf einfach würd ich sagen oder ja mach einfach an so kanns raus ok warte es lässt schwarze auch mal nicht was ich grad kippen du kannst kannst du da rein ja warte ich mich doch kann bis hier so ich lösch mal im Chat und an dem was so ich bin auch nicht mal haupt so ja auch gleich wieder so ich finde keinen vernünftigen Playbutton für den YouTuber und so du kannst er es gibt ja dieses ich habe ein Verbrecher 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 weil ich nicht mehr sie ist bereit und für die Notizierung die Züge die Züge so du bist ja drauf ja auch gleich ja doch du musst schon drauf ich habe schon nach kommst du auch das er hat er hat er hat mann er hat sich nicht sie aus so er auf 1 1 was aber verstanden ist das über 1 2 ja so damals fuck alter nur zwei Herzen oder ja das kann zu werden und von der HP die Hasskanzler zu überleben also soll ich nur mit einem Herzen darunter springen das ist ja klar auch nicht oder äh hast du ehrlich angestellt noch nicht achte mal an jetzt mach ich gleich weil ich finde wie sollten wir ich bin der Zeit schon mal Tierreform also gleich da ich bin so wohl ich bin so wohl ich bin da runter ich bin auch ich bin auch ich bin auch ich bin auch so ich bin auch ich bin auch ich bin auch ich bin auch schon wieder untergefallen das ich habe ich habe ich habe auch noch ich habe auch noch ich habe ich habe ich habe auch noch Tier Kürz mal ich habe vielleicht kann es mir gleich geben er kommt es hat die die Doppelst du weißt du siehst du ein bisschen er zum Teil wenn ich jetzt mit der Karte ja wir wollen nach dem Weg nach hier oben vielleicht von hier guck mal er kommt nach oben ihr vielleicht hier so eine Treppe dann runter nachher so als Ausgang er kommt und wenn man runtergehen dann kann man ja so machen wie es Trunker hat keine Ahnung wie es Trunker auf dem Song hat ich weiß wie er hat nein ich habe einen Server aber an einzuspielen da guck ich mir mal an und das so stimmt ja ich weiß jetzt was man ist ich guck den ich hab den abonniert ich guck den zwar nicht großartig also ich weiß ungefähr was man es aber mit den Tieren also ich will ja auch so eine Juna-Batterie machen aber ich mach die anders ich mach das damit hoppern da bin ich mal gespannt wie es braucht also dass wir da nur Eier immer rauskriegen dass sie dann automatisch aus zwischen sich getötet werden wenn sie zu viel werden also wir tun oben zum Beispiel in die Batterie 10 Stück rein und dann möchte ich unterschalten die automatisch immer um wenn neu ist also wenn Eier drin sind aus Schwarz und Eier in eine weitere Batterie wirft und die werden dann wenn die groß sind sterben die dann so so wegen Fleisch und so genau aber wenn sie klein sind dann kann sie auch noch keine Eier ne wenn die klein sind werden die aber da noch nicht sterben können weil die sind ja nur einen halben Block groß ja und die werden erst wenn die ein Block groß ist jetzt ist es wichtig dass ich da und heißt es wird also also ein Block zu tun schießen er und ich habe einen guten langen so zu schüren doch nur die 20 Minuten wieder kann er noch sechs Minuten ne länger ist immer doof und er hat zu haben jetzt schon 14 minuten ich würde sagen ich bin schon mal bei uns einer Miene so ein Weg nach unten unrealistisch aus was vom Haus warum? einfach so rüberragt keine Haltung und so ihr kommt doch noch das konnte ich nur nicht bauen 3 ich hole mal eben ein paar Steine ich baue jetzt weiter Holz danach gebe ich dir auch den Steak und ich habe da Leder Leder kannst du mir nachher gehen ich will ja so ein Entscheidung-Table machen schon oder erst dir schaut mal unbedingt auf technik-nachrichten.eu vorbei das ist eine Nachrichtenseite wo ich als Redakteur schreibe treibt ihr einfach immer auf Twitter so hier ich kann ja schon mal den ersten Boden bauen da ist ja ich hier weil komm mal hier du hast nämlich ach schon wieder Werbung so hier soll der Boden erst auf ich kann ja auch mal schon sein dass ihr auch mal aufs Bremen Holz hat oder so ja und wir werden hier am Haus großartig bauen oder in der Nähe haupte machen wir dann mit den Zuschauern ich würde sagen und aufs Bremen aber halt nur so Sachen wie und Farbe da kommen außerhalb nach Wille nicht dass sie dabei sind oder auch schweres Projekt bauen können und da manchmal auch bis aufs Bremen weiterbauen da auch manchmal war es richtig schwer ist und das ist man da ja aber trinken soll oder fachschule untergefallen als er nicht nur einmarschwerken die auch welche ich bin schon ich glaube ich weiß gar nicht mehr als ein nö die sich das schlecht machen aber meine Hand tut mir aber aber auch davon und so geht es nicht aber macht am besten nicht zuhause nach, wenn ihr mal Holz habt weil das könnte ein bisschen wie du bist so Termino arbeite ich wieder am Schlett, oder am TS ja, ich weiß so aber weiss, was ich als Idee habe, dass wir vielleicht hier hinter dann so ne Brücke machen nach da drüben von hier nach hinten wo Schnee drauf liegt, dass man da so ne Treppe, also so ne Brücke baut sind 2 3 2 und der Konferenz new 3 2 3 3 in wir haben jetzt schon mal des Friedriches er ist 3 ich habe이즈 schweißen war schon wieder untergefallen die Trennen der Suche gleiche und ich hab doch auch nicht Köln er kann auch nicht wenn man das weiß nicht was was weiter 1 3 8 er war schon mal automatischen Knopfen und dann später noch mal in den Spielen Redwurfs nach oben also wie das Holzweichlein ein bisschen bewegen so umdrehen nur eben direkt hier den Steinbruch machen z okay das war dann ein bisschen so stark ich sagte ich ich habe jetzt noch elf Stück gerade zu unterfallen ist das ist mein Wort ich kann sehen wie viel abliegen noch aus st das kann ja alles sehen von mir so leben er hat die also man zieht das in den Punkt ist er verliebt dann also 2 HP gleich ein herz st und künstlich steine fahren das ist ein kleines kräftig übergruppen die zwei YouTuber Gruppen haben das Eikon jetzt auch Köln und Stutt ihr drei auch schon er ist gut aus so ich will mal eben schon den nächsten Baum ab hier oben weil sie haben hier oben Bäume, falls du nachher noch Setzlinger, bitte bloß mir bringen Setzlinge und kannst du vielleicht Eisen suchen nee, Eisen suchen kann ich gleich mal bei einer anderen Folge jetzt mal gucken ich würde sagen jetzt noch mal auslangen zum Schluss wir sind es in der nächsten Folge zu sein komm mal schnell mit hoch zu gehen genau lass uns nach oben wenn jemand die Folge beendet, dann sagt man nicht warte, warte es ist ja egal, das ist ja so ein Punkt ich komme auch noch mal eben nach oben wir treffen uns oben ja so, Termino du kannst ja gleich mal verabschieden also ich würde sagen, wir du bist wie guckt kommst du? ich komm jetzt also ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge da ist wahrscheinlich der Termino der Idee wieder mit dabei und natürlich unser Basti tschö tschö tschö